Moin Moin Loi! Wo es geht? Willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Web Südhemmern. Let's go! Heute mal wieder Freitag, ne? Jetzt dann wieder geagert ohne Ende. Werbung, ne? Als üblicherweise. So, Karotten brauchen wir nicht. Wir brauchen... ...die Zucker üben. Dafür kann ich aber auch gut. Mal gucken, Händler. Ob ich den Traktor hier hab. Den Ossenhof Bergmann. Den mit der Bredici. Sowas ist ja natürlich auch hier, aber... ...die Händler. Wie geht's? Wie geht's? Die haben wir noch ewig lang, ne? Wir brauchen Kraftfutter. Ich muss doch jetzt auch noch mal die nächste durch den Alkohol. Man muss doch bitte auf die Abenteuer. Aber auch jetzt haben wir eine Verwärtspürung. Jäi, der wird schon mal ein bisschen komisch, keine? Nein. Wollen wir noch Weizen für die Schweine? Wollen wir das hier durch? Weizen für die Schweine. Puh, Puh, Puh! Woh, Woh, Woh! Woh, wir sind natürlich nicht hier. Weizen für die Schweine, die sind so lange hier. Aber es ist ja. Und jetzt kommt es weiter. Hopp! Upp! Wie mehr kann man dann? die ich trugen die kursionswort er hier nicht und ich muss jetzt endlich irgendwann mal die hier die damit die Futterstähne immer sauber bleiben. So, mal auskippen. So, da war ich noch kraftvoller. Die Vanlands kraftvoller war hier. So, Schweinefutter? Nein. Die Leitung? Nein. Exelwut? Nein. Komposten? Nein. Kraftvoller, jetzt mal schauen zu. Gut, gut. Das haben wir. So, der Rest wieder weg. So, dann haben wir das erledigt. Was liegt denn noch an? Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein bisschen schrecklich. Das ist ein bisschen schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut bin. Cool, da habe ich so ein feuchtes Messer. Das finde ich natürlich cool. Das finde ich sehr gut. Mit dem feuchten Messer. Das finde ich sehr gut. Da kommt ein viel über dem. Okay, ich habe auch ein Messer. Hey, ich wollte ein Messer. Ja, das finde ich natürlich cool. So, was muss ich denn jetzt noch machen? Ich bin fertig mit den Tieren. Die haben alle was zu essen. Dann kann ich mal gucken, ob ich so einen kleinen Auftrag mache. So, machen wir. Dann machen wir schnell mal den Auftrag hier fertig. Ja, das kann man ja auch machen. Sonst muss ich mal so einen Auftrag machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch gemacht habe. Ich muss ja auch ein bisschen meine Wachstumsvorsen und was eigentlich überdrücken. ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? Na, ist die da oben zu kieren. Ja. 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 Ja, das ist Pele. Der hat doch relativ gut hier. Ich muss ja nicht mehr so rum. Ich es habe nicht gewartet. Das ist nicht mehr so. Ich muss ja nicht mehr so rum. Muss ich ein Mischee? Und? Sorry! Untertitelung. BR 2018 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 coole sache mit dem messgerät auf jeden fall das war es ja schon für diese folge ja gut leute an dieser stelle bedanke mich denn fürs zuschauen wenn euch dieses video gefallen hat gibt einen fetten daumen nach oben wenn ihr keine weiter folge mehr verpassen lasst ein abo da und aktiviert die glocke in diesem sinne würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge ein wunderschönes wochenes tschü tschü euer wenn die auf dem kanal kingbaba